Wir stehen hier am Stand von HIF Health Promotion. Neben mir steht Thomas Glas, der Geschäftsführer, und Volker Lichte von Move2Live. Thomas, was kann man hier sehen, was bietet ihr an? Wir sind ein holländisches Unternehmen. HIF Health Promotion gibt es seit 25 Jahren. Und wir machen Betriebsfitness und Betriebsphysiotherapie innerhalb von größeren Betrieben. In den Niederlanden haben wir so 120 große Betriebe, wo wir das betreiben. Und jetzt richten wir uns auf den deutschen Markt. Und Volker, dich kennt man ja eigentlich eher von Move2Live. Was treibt dich hierher? Also in meiner neuen Rolle als Key Account Manager bin ich jetzt neben dem Fitnessbereich auch zuständig für Firmen, Hotels, praktisch den vertikalen Markt. Und daher bin ich jetzt auch hier. Thomas, ist alles ganz frisch am deutschen Markt? Was plant ihr jetzt in Zukunft? Also wir haben jetzt unseren ersten deutschen Kunden seit dem 1. April gerade eröffnet. Darum möchten wir uns auch gerne hier auf der Messe einfach mal vorstellen an alle Leute, dass sie uns kennenlernen. Wir haben da noch keine großen Erwartungen. Wir sehen es einfach wie es ist. Wir haben viele nette Leute kennengelernt hier. Und dann schauen wir einfach mal, wie das weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch euch beiden. Dankeschön. Vielen Dank.